Dann habe ich für Kitzbühel folgenden Clip. In Kitzbühel muss man ins Take-Five gehen. Man muss aber nicht austrinken, denn wenn der Wodka an diesem Abend noch übrig geblieben ist, dann wird der Name draufgeschrieben. Am nächsten Tag bekommt man seine Flasche mit seinem Namen wieder zurück. Das ist eine ganz lustige Nummer. Das Take-Five ist wirklich ein Partyladen. Da geht dann alles runter und drüber. Sehr zu empfehlen.